Hallo Leute in einer neuen Folge Minecraft Master Builders und los geht's. Wir haben heute zur Auswahl. Einmal eine Robbe, ein Gartenzwerg oder ein Hund. Okay, ein Gartenzwerg. Also machen wir jetzt mal Rasen. Um, den O. Lauf, die Power, die Power, die Power, die Power, die Power, die Power. Das haben die nicht immer so ein, ich glaub, ich brauche es mal so, vielleicht sieht sie besser aus dann. 4 mal 4, ne 5 mal 5. Und dann bauen wir mit verschiedenen Farben gleich. 2 Schichten und eine andere Farbe machen. 4 mal 3 Farbe. So, und jetzt was kleiner oben. Oder ne, noch eine Schicht. So, und jetzt. Und jetzt. Die hier. Die geht jetzt bis hoch. Also nicht, dass das ganze, wenn noch ein Drittel drauf kommt, aber. So erstmal. Und jetzt. Gut. Ne, wir machen noch eine Schicht höher, weil dann kann ich besser das Gesicht bauen. Wenn es hier ausmachen könnte. So. 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 Was ich auch gesehen habe, kann ich es auch anders verordnen. Und zwar nehmen wir uns dann mal so einen Stein. So. 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 aufpassen Das geht aber nicht anders. Das geht aber nicht anders. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht krottenschlecht aus. Das ist einfach nur 2x2. Das ist einfach nur 2x2, aber akkordisch schlecht. Ja, da gebe ich mal ein gut. Man erkennt auf alle Fälle, dass es ein Gartenzwerg sein soll. Man erkennt auf alle Fälle, dass es ein Gartenzwerg sein soll. So, da gebe ich einen Grauenfall. Wenn ich das erzählen würde, würde ich jetzt nicht denken an einen Gartenzwerg. Also, ich denke das, aber ich würde daran nicht denken. Okay, der wurde nicht fertig. Aber der hat einen guten Ansatz gehabt. Okay, da gebe ich einen legen. Also, das sieht richtig krass aus. Also, das sieht schon mal aus. Jetzt kommt mal einer. Jetzt werden wir mal die Leute hier, die immer nicht gut bewerten. Also, die immer schlecht bewerten. Alles klar. Guck mal auf den nachher. Ob ich nochmal. Ball. Aber ich wurde 4. Platz nur. Und das war's für eine Folge. Minecraft. Machen wir das.